Liebe Parteifreundinnen, liebe Parteifreunde, mein Name ist Siebke Rehring, ich bin 44 Jahre alt, verheiratet, habe zwei Töchter. Ich bin Verkehrsingenieurin, arbeite beim Luftfahrtbundesamt im Bereich Technik, komme aus dem schönen Kreis Steinfurt, ganz im Norden unseres Bundeslandes und bin dort Kreisvorsitzende der FDP und der liberalen Frauen. Im Kreistag kümmere ich mich um die Schwerpunkte Verkehr und Wirtschaft. Und als Kommunalpolitikerin möchte ich gerne meine Erfahrungen aus Kreistag und Fraktion einbringen, um unseren liberalen ehrenamtlichen Politikern aus den Kommunen im Landesvorstand eine Stimme zu geben. Mein Schwerpunkt liegt dabei in der stärkeren Vernetzung der Untergliederung mit dem Landesvorstand, um die Arbeit auf kommunaler Ebene zu vereinfachen, zu stärken und Synergieeffekte zu nutzen. Ein weiterer mir sehr wichtiger Punkt ist die Unterstützung der Vorfeldorganisationen und eine weitere Verbesserung der Zusammenarbeit dieser mit dem Landesvorstand. Besonders wichtig ist mir hier, mehr Frauen für die Politik zu begeistern, denn Frauen sind in unserer Partei unterrepräsentiert, machen aber etwa die Hälfte der Wählerschaft aus. Hier müssen wir uns stärker engagieren, um Frauen zu erreichen, um eine Vielfalt in unserer Politik zu bekommen. Mit Ihrer Unterstützung möchte ich mich besonders für diese Schwerpunkte engagieren. Mein Name ist Wiedke Rehring und ich würde mich freuen, wenn ich dafür Ihre Unterstützung bekomme. Herzlichen Dank. Vielen Dank.